ich gucke auf der karte nach neuer mission ich sehe auf karte keine neue mission also ja dann lass das ebenso machen würde ich sagen oder wenn wir an der poststelle vorbeikommen da habe ich noch munition die auf mich wartet weil ich jedes mal ja weil ich habe jedes mal immer nur bis 200 aufgefüllt ja guck mal perfekt dann kann ich nämlich jetzt auch ja ich wollte gerade sagen wir müssen doch erst mal ja ja aber das gute ein kummer hier schatzkarte habe ich gerade abgeholt ja aber was heißt schatzkarte kann man damit jetzt ja ich glaube die ist schon direkt offen oder ja du musst die einfach nur auswählen und lesen und dann wird dir irgendwo ein punkt angezeigt und da müssen wir hin reiten und da müssen wir dann in der umgebung suchen ja okay ich habe da mal eine kiste oder weil wir jetzt zu zweit sind sogar zwei kisten aber wenn du eine kiste ist weil ich hatte die ja schon einmal gelesen okay siehst du den punkt jetzt auch auf der karte ja ne ich glaube nicht ansonsten mir wurde jetzt nichts angezeigt dass okay ich könnte jetzt natürlich preis sein und die das klauen ja aber sollen wir dann da eben hin oder solcher ja alles klar ja ja ich habe versucht dann ein dingens hinzusetzen hier sind markierung aber irgendwie geht das nicht glaube ich wegpunkt warte mal doch jetzt der müsste jetzt rot sein siehst du den nicht okay ich wollte grad sagen und das ist auch nicht so weit hey wohin will der denn jetzt ist irgendwie nicht hier auf dem coolen weg geblieben ja gerade war ich noch mal im kino modus jetzt was anhalten hast du gesagt was hast du gesagt ach so ja wir müssen da unten lang sorry was ist denn dass der regeneriert immer wieder neu warte ich guck mal ganz kurz auf der karte wo das ist weil dann müssen wir hier nicht so blöd reiten weil okay alles klar ja komm aber eigentlich müsstest du könntest du mich jetzt glaube ich nicht mehr einholen wir haben doch dieselben ja doch du überholst mich gleich ja doch du überholst mich gleich krass ja toll wenn ich das mache kommt bei mir so eine funktion mit mit hier shift kann ich nicht machen ja ich halte das halt die ganze zeit gedrückt und dann rennt er schon schnell aber anscheinend wenn du schon sagst du kannst mich einholen dann ist das wahrscheinlich nicht die höchstgeschwindigkeit ja ich muss jetzt auch mein pferd schon ich reite jetzt auch noch mal guck mal das ist auch nicht mehr weit bitte ah korrekt wo bist du wo bist okay ja ja weil das ist eh nicht mehr weit wir sind jetzt gleich in dem gebiet und was hast du gesagt in dem gebiet muss ich das dann suchen oder was okay ja ich bin jetzt in dem gebiet also laut karte aber der sagt mir auch schon dass ich das adlerauge benutzen soll okay ja es wird wahrscheinlich bei mir nicht klappen und ich weiß halt nicht ob du meins übernehmen kannst ja aber ich sehe hier auch so ein rotes x auf der karte warte mal ach so das war nur das was ich da gemacht hatte ich glaube jetzt erstmal bis hier nach oben weil das sieht so aus als wenn man hier hoch wie kommt man denn da hoch ich rutsche die ganze auch mit dem pferd jahre mein pferd ist irgendwie doof das kommt nicht wenn ich das rufe auch so geht er kann vielleicht nicht hier hochlatschen keine ahnung hier ist mein schatz oder was ich sehe die pflanzen die ich hier einsammeln kann unsere pferde leuchten oder deins in dem sinne da hinten die kühe leuchten so ich gucke jetzt noch mal hier an der klippe das war bei mir eher da wo ich halt jetzt gerade wo du jetzt gerade stehst ne ne da hinten hinter mir halt an der klippe da ach guck mal hier sind achso ne das sind nur die pflanzen die ich hier sehe also ich kann den art das adler aber auch im rennmodus nicht benutzen ich weiß nicht ich bleib doch stehen ich sag ja nur weil du die ganze zeit am rennen bist ja an dem platz wo du halt mich hingeschickt hast da renne ich hin und dann gucke ich mich da mit adler auge um es müsste ja so orange leuchten so wie die pferde oder wie so sachen ich sehe es ehrlich gesagt nicht guck mal hier vorne aber das waren glaube ich die essenssachen ne ja keine ahnung also wie gesagt bei mir war das halt mit dem vibrieren einfach aber dann konnte ich schon mal in die nähe wo es am meisten vibrierten hatten und dann das adler auge einsetzen na ja klar aber keine ahnung wo das jetzt bei dir ist vielleicht ist das ja bei jedem anders dass das gar nicht hier oben ist weißt du für mich dass meins ein bisschen anders hier in dem gebiet versteckt ist weißt du schon komisch dass es in derselben ecke ist aber ja guck mal vielleicht ach ach guck mal vielleicht ich schau dich mal um überall im gebiet halt am besten so komm wir fangen mal an ach guck mal hier unten ist doch ach nee das ist nix guck mal guck mal das hier irgendwo war das so ein kleines camp war das dann halt ok irgendwo hier ist das doch klar hier ist das muss das sein wo bist du ich könnte sie jetzt klauen warte siehst du was ja wo bist du denn ach da hinten noch weiter weg hier guck jetzt mach jetzt mal abladen warte warte ja von weiter weg nicht direkt aber hier da vorne liegt das halt direkt ach hier dass du siehst wie das auto ja warte ich versuche es nochmal von weiten damit du siehst wie das aussieht und versuchst wow das ist ja echt äh ja aber gut hast du aufgemacht äh ja aber ich kann es jetzt nur noch schließen oder was so rausnehmen so können hast du aufgemacht ja ich habe es aufgemacht jetzt schon zum zweiten mal aber ich kann da nichts rausnehmen ja warte mal ich komme warte mal ich komme vielleicht meine ich das heute schon aber ich glaube nicht das wäre krass weil ich habe das ja heute auch schon gelootet aber das ist ja eine andere spielesitzung gewesen ja ja Vielen Dank. Wir gehen jetzt kurz nach Blackwater und dann reisen wir nach Tumbleweed. Aber das hier habe ich jetzt anscheinend aufgesammelt oder was? Weil das habe ich nicht ganz gecheckt. Ja, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Oder das war halt jetzt leer, weil ich die heute irgendwann leer gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ja, ich denke irgendwie sowas, weil... Aber warte mal, kann das sein, dass das einfach nur deine Schachtel war und nicht meine und dass ich hier im Gebiet eine andere habe? Bitte? Ist dein gelbes Gebiet weg? Eben nicht? Das meine ich ja. Ach so, ja. Das kann natürlich dann sein. Ja, komm. Ich gucke mich jetzt hier nochmal überall um. Oder du musst jetzt einfach warten bis morgen oder so, bis das Respawn ist und dann kannst du dir das halt nochmal holen, weißt du? Ja. Guck mal, da unten fährt eine Kutsche. Die ist am Leuchten. Kann aber nicht sein, dass der Typ gerade damit abhaut, ne? Nein. Meins ist sterbisch, wenn ich hier runterspringe. Weiß nicht, wie hoch das ist. Boah, kopfüber. Natürlich sterbisch. Ja, der Schatz war sowieso nicht. Ne, ich bin jetzt gerade hier runtergefallen extra, beziehungsweise hier runter... Ja, toll. Oben respawnt. Äh, weil da unten habe ich was leuchten gesehen. Das checke ich aber jetzt auf jeden Fall nochmal. Sorry. Ach, das sind hier die Tiere. Die sehe ich die ganze Zeit. Okay. Ja, von da oben habe ich die nicht erkannt, als solche. Habe ich nur... Ich könnte mir tatsächlich die Kopfgeldjägerlizenz holen. Hast du genug Gold? Fünf Gold hätte ich, ja. Aber guck mal, ich habe hier eine Fährte. Der soll ich folgen. Das ist aber... Eine Tierfährte. Ach so, ist das nicht, äh... Wenn du da länger drauf guckst, siehst du, was das für eine Fährte ist. Ach so. Bin wahrscheinlich ich. Ja, komm, wenn du sagst, das ist nicht so wichtig, dann lass ich das jetzt. Ja, die Box, wo ich gerade dran war, da konnte ich ja nichts machen. Das war ja das Problem. Sonst hätte ich ja... Reitest du noch einmal rum, oder was? Hä? Reitest du noch einmal rum, oder was? Ja, ja, ich will wenigstens mal hier das Gebiet ein bisschen abchecken, so. Wir waren jetzt nur da oben. Boah. Tut mir leid, Chuck E. Cheese. Ja, komm, wo bist du? Bist du schon vorgeritten? Nö, ich warte gerade noch eine Abzweigung. Ach so, Abzweigung, Alter, lass mich mal eben auf der Map gucken. Ach da, ja, alles klar, ich komme jetzt zu dir. Oh, bist du unten oder oben? Weil ich bin jetzt gerade hier oben auf der Zugbrücke. So, na gut, dann warte du da weiter. Gehe dich da oben reiten. Bitte? Du musst dich hier unten reiten sehen, wenn du mal runterkommst. Ich habe dich gerade nicht verstanden, was hast du gesagt? Gehe dich da oben reiten, du musst dich eigentlich auch unten reiten sehen, wenn du runtergekommst. Ach so. Ja, ich wollte jetzt nicht von da oben runterspringen, dass ich da direkt sterbe. Gehe dich da oben reiten. Wir müssten uns jetzt auf dem Weg hier genau kreuzen. Da bist du ja. Du musst mein Pferd gerade ein bisschen Ruhe. Du musst mein Pferd gerade ein bisschen Ruhe bringen. Ja, ich reite jetzt auch langsamer, weil ich bin auch gerade voll, äh, also das Pferd zumindest ist schon voll platt. Pferdestimulanzen ist auch gut, wenn du mal schnell reiten musst. Du sprichst zu dem Pferd Pferdestimulanzen und dann geh die Partie ab. Okay. Geh dich zu was früher an links auf dem Pfad, sonst fällst du runter. Wo meinst du? Upsi. Genau da, wo du jetzt bist. Siehst du es mir nach links. Ich dachte, das schafft er die zwei Meter. Hat er es nicht geschafft? Aber er ist schon merklich schneller, er ist schon geiler. Also, damit ist man schon um einiges Blöcker unterwegs. Und er ist ja dann nicht auch für das Maximum. Wir haben ja noch ein paar Stufen, um ihn zu verbessern.